So. Irgendwann wieder mit der Kettensäge. Wait! So. Wo ist der Rest? Der Rest ist überall oben drauf. Oh nein! Ich bin ein Mann! 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 Ach, die Bullen. Auf wenigstens haben wir den Laden gerettet. Und die Bullen können wir auf eine ganz einfache Art abhängen. Wir müssen erstmal ein Auto holen. Und Vollgas! Los! Vollgas, was sagen wir das? Ei, ei, ei! So, und wir... We're heading for the water. Und los! Wer kommt denn weiter? Bulle oder ich? Glaube ich. Ne, Bulle. So. Und zwar... Wasserflugzeug. Na komm, los! Und los, so. Und wo fliegen wir denn denn hin? Ja, Bootshaus-Doc. Warum nicht? So, Bullen abgehängt. Dann nennen wir uns jetzt wieder das Wasserflugzeug. Und fliegen zurück nach South Beach. Und fliegen zurück nach South Beach. So, noch mal gucken. Freedom Town, ne? South Beach? Ne, South Dog. Okay, North Beach, ne? South Beach. Okay. Auf zum Sunway Hotel. Dann, dann, dann... Ah, ne, Markaus. Das müssen wir auch mal reparieren. Gucken wir, was wir gleich machen können. Wollen wir genug Geld dazu haben. Joa. So. 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 Versuchen wir die Clams. Hey. Hier ist das Geld, Tony. Und dann jetzt auf zum Sunway Hotel. Sunway Hotel kennen wahrscheinlich auch noch einige von euch. Also, die jetzt, die den Film geguckt haben. So, fahren wir mal mit dem Golfteil hier. Das ist nämlich das tolle Hotel, wo, ja... Tonys... ...Kumpel, oder auch... ...ich glaub Bruder... Ja, äh... Ne. Ich sag nur motorbetriebene Säge und gestrichene Szene und der Ufer-Sunk. So. Gucken wir mal, was ist denn hier los? Sunway Redux. Why don't you try stugging your head up in your ass? See if it fits. Das ist cool. Das hat nämlich Tony genau in diesem Hotel gesagt, als er kurz vorm Zersägen war. Dieses Ort, das ich nie liebte. Mein Freund Angel wurde hier getötet. Ich wünschte ihm, dass dieses Ort speziell machen, du weißt? Ich will es von dir kaufen. Du weißt, ich habe es für Jahre zu verkaufen, um ein Sunway zu verkaufen. Aber bis seine Reputation verbreitet, war es nichts. Ich kann nicht, dass die Verhandlungen zu verhindern, um es für Business zu verhindern. Es scheint, dass jemand hier getötet wurde hier every week. Und es gibt einen Dealer upstairs gerade jetzt, der sieht extrem unstabil. Ja, ne? Das ist ein Dealer-Hotel. Okay, guck mal, nach dem Drogen-Dealer. Ach, genau die gleiche Etage. Das ist ein Dealer-Hotel-Hotel-Hotel. Das ist ein Dealer-Hotel. Das ist ein Dealer-Hotel. Das ist ein Dealer-Hotel. Das ist ein Dealer-Hotel. Ich will da nicht nur sein deiner-Hotel-Hotel. Aber ich will deine Trange, weißt du? Weil du, Herr, du bist ein verdammtes Puss. Also ruf! Ruf! Und du niemals verrückt nach. Surprise, Bitches! Okay. Oh, renoviert. Renoviert. So, weg. Okay, wir sollen ihn verfolgen. Machen wir das mal. Machen wir mal die Karre hier gleich. Und, oh, Mensch, ins Kinders. So, verfolgen wir den. Der ist schon ganz schön weit weg. So. Ja, ich gebe ja schon, dass die Karre wette schneller. Ich kenne aber eine Abkürzung. Ich weiß nicht, ob er es auch genommen hat. So, einfach hier links. Das ist ja ein Geländewagen. Das ist gar nicht so schlecht, dass wir den genommen haben. Klar, das Auto wäre auch ein Vorteil. Aber, das schaffen wir ja auch. So. Ein Wohnwagenpark. Ist aber klar, dass das so ein Diener ist. Okay. Wo ist er? 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 Ich weiß, was ist er? Wo ist er? Ich bin so dem Matinee. Wie ist er? Verbindet sich dann das immer. Das ist ein schon considering. Ja, nochmal. Was ist der Tag? Dann. So, das ist der Tag? Na ja, fangen wir mal zurück zum Hotel. So, nehmen wir unseren Geheimweg hier. Gucken wir mal, wie viel wir den Lagen kaufen können. Die Hotels sind teuer, ich glaube die kosten mehrere Millionen. Da müssen wir ackern für. Müssen wir Drogen verkaufen und verkaufen, aber... Ich sag mal, wenn wir, äh, ne? Hier. Äh, sag. Wenn wir so ein scheiß Boot kriegen und das Boot explodiert wieder, ist doch nicht so toll, ne? Dickhead causing accidents again, ja. Dickhead. So, gucken wir mal. Das Dohr-Motel. Ja, ich find das schön, wie es alles so richtig gut nachgebildet ist aus dem Film. Aber auch Miami an sich und so. Schon nicht schlecht. Und 100.000 kriegen wir. Das ist schön. So, speichern wir gleich. Und dann gucken wir mal. So, was wir mit dem Geld machen. Fünf Millionen. Das ist... Heftig. So, ich krieg mal so viel Geld her. Ich würd' ja sagen... Von den Gangs. Aber die müssen wir auch erst mal dann tot kriegen. Und ja, von den Rennen. Hm, hm, hm. So, ich würd' sagen, schalten wir erstmal, was hier die Gangs aus, die grad da sind. Hier ist zum Beispiel eine. So. Was? Okay, was war das denn? Irgendwer hat mir da den Kopf abgeschossen. Äh... Na, okay. Dann halt nochmal. Hat der nicht mehr so viel Gesundheit, oder was? Na, weil er wär mit dem Granatwerfer. Manu. Kein Geld mehr. Nix. 200.000 weg. Gut, ne? So, probieren wir auch nochmal. Und dann gucken wir nochmal in Da unten wegen den zwei Gangs. Wir sind weg. Nachos Gang. Nachos... Nachos Überrest. Wir sind weg. So. Zack. Zack. Der weg. Ah, die haben gute Gewehre, glaub ich. Deswegen bin ich grad gestorben, oder? Können wir schießen. So, ich weiß noch gar nicht wie viele da sind. Okay. Oh oh. Hau ab, man! So, der mit seiner Kettensäge. So, wie viel Geld hatten die? Vier. Das ist schön zu sehen. So, hol den. Hol den Karre. Und jetzt weg. Wieder auf die alte Art, ne? So. Floatplane. Und nach Hause. So geht's am besten. Okay, das ist gut, dass die Gangs schön viel Geld hergeben. Äh. So können wir gut, äh, ja, ne? Geld für die Hotels eintreiben. So. So, jetzt, wir nach... South Beachy Dog. Die Gangs aussehen. Bei Xi Peso ist aber noch eine Gang. Bei der Xi Peso Trattoria. Und dann müssen wir in Da unten nochmal gucken, ne? So. Und wir haben drei Kilo Drogen. Die müssen wir auch erstmal verticken. Döhm, 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 döhm. Aber drei Kilo können wir... ...gut hier an so einer... ...an so einem Laden hier fertigen. So. Bringt nochmal 100.000 und noch was. So, dann gehen wir zu der Trattoria da hinten. Denn dort war noch ne Gang. Nee, 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 nee. Okay, die ist nicht da. Müssen wir uns ne anderen Gangs umgucken. Ja, ist... Okay, ja, fine. So, wo bleibt er? Mit dem Auto. Okay, hier scheinbar keine Gang mehr. Ach, hier waren wir auch grad. Okay. Dann gucken wir mal hinterm Sunway Hotel. Da ist natürlich auch einer. Die ist aber auch nicht da. Okay, Jasper ist Elite. Das ist heftig. Aber gut. Versuchen wir. Wir haben uns genug... ...hier. ...hier. Genug hier Zeug zusammen angeln. Kriegen wir das hin. Okay, aber nicht mit Bullen. Es ist mal klar, dass die schon wieder so schnell kommen, die Bullen. Müssen wir uns erstmal abhauen. Und die kümmern wir uns dann halt später. Machen wir mal wie auf die übliche Art, würde ich sagen. Ab zum Wasser. Und weg. So, die Bullen folgen uns sogar. So, Boot. Flieger. Und zurück. Ans Boothaus. Och, Mann, ey. Immer diese Bullen. Die Nerven. So. So, wieder ein Boot. Und zurück. Zurück, ne. So, ist aus B2Doc. Und los. Mal gucken. Ich glaube, hier hinten links ist auch noch eine Gang. Gucken wir da mal zuerst. Jo. Das war's Soldaten. Ich zeige dir. Nicht mit mir. Machen wir die mal kalt. Überleben die Geschüsse? Das glaube ich auch nicht. Was? Warum denn schon wieder so schnell, ey? Mann. Diesmal will ich diese Gang aber töten, ey. Diese blöden Bullen, ey. Die nerven schon unheimlich. Oh, sind sie. Oh, sind sie. Dein Mal. So, Bullendruck haben wir voll. Toll. Ähh. Ehh... Hallo der Linkstar genau, der muss weg. Ich sehe gerade keine Gangmitglieder. Schau ihn aus! Er ist hier! Er ist hier! Okay, ich hau lieber ab. Weil sonst schaffen wir das nicht und... Also, Boot. Flieger. Komm her, Flieger, los! Und zurück. Ey, das kotzt an. Wirklich, diese Bullen, die sind so aufdringlich. Ich muss zusehen, dass ich das Geld wegkriege. Aber jetzt sind die zumindest weg, die... Äh... Die an unserem... Ja... So, erstmal... erstmal da ich wieder hin. South Beach Dog. Und dann... Gucken wir mal. Was? Ach, wird schon angegriffen. Gut. Gut, gut. Gut. Gang mit Deletition. Make our fast food. Ich darf noch nicht sterben. ... Und dann halt. Das ist alles. Gut, gut. Das ist alles gesperrt. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Vielen Dank.